So Leute, ihr wisst ja, ich streame inzwischen nur noch auf Twitch, hat einfach die Geschichte wegen Copyright etc. Wer Bock hat vorbeizukommen, einfach vorbeikommen. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung oder sucht mich einfach auf Twitch, einfach nur Family Hack in der Kategorie FIFA, weil das Spiel macht einfach immer noch Spaß. Wer dabei ist, weiß auch warum. Also in dem Sinne, entweder bis gleich im Stream, ansonsten euch schon einen schönen Abend und haut herein.